so leute heute ist es soweit heute machen wir den radisch nehmen sie in der alten strafe und die kamera haben wir jetzt wiedergefunden und zwar das hier ist gar nicht der radschirmweg wir haben einen ganz normalen Fahrradweg und dann gehen wir schon gerade die ersten hier die ersten hier die ersten hier die 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 Es gibt doch einen anderen Weg, den man reinkommen kann, aber den Weg kann ich nicht so ganz. Ich habe mich nicht so, dass ich hier einen Weg kann, aber ich habe mich nicht so, dass ich hier nicht so gut bin. Ich habe mich nicht so, dass ich hier nicht so gut bin. Dann darf man noch einen zweiten Weg nach Holzen Über Römmingen, Schallbach Das heißt, spätestens 15 Uhr kann ich diese am Karfreitag oder am Sonntag aufladen Eine Garantie, dass es wieder verlassen wird Gibt allerdings nicht Ich kann jetzt was produzieren Und dann schauen wir mal, da sind alles Und dann sehen wir, was wir fahren können So, und jetzt beginnt der Gang Ja, die sind gut Okay, das ist der Publikum Das ist die ganze Zeit gefahren Aber wir können nicht, wir können nicht gut Hier fangen wir an den Kurs. Achtel, den fangen wir an. Achtel. 3.210 Kilometer An der rechten Seite sind kleine Bäume und die rechte Seite ist mit Fünftplanken abgerichert, damit da keiner hinbeifährt. Jetzt kommen wir auf die Höhe vom Gasthaus auf die Überleitung. Der weitere Weg geradeaus ist nur noch für Fußnäher freigegeben. Das steht am Wendelgrund, am Klärwerk. Und das wäre jetzt hier auf Kurs zu gehen. Wir sind in beiden Richtungen, weil wir fahren, weil wir die Kahn und G. Williams fahren. Das ist auf die Höhe vom Neuker. Wir fahren aber nicht. Wir fahren! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020